Gibt es Tricks, um ein Casino auszutricksen? Gibt es Tricks, um dauerhaft im Online-Casino zu gewinnen? Darum soll es in diesem Video gehen. Du hast sicher schon oft Online-Fragen wie diese gelesen. Kennt ihr Tricks oder Strategien für Spielautomaten und andere Casino-Spiele, wie zum Beispiel Blackjack oder Roulette? Da gibt es immer wieder Sachen, die da beworben werden, um im Casino dauerhaft Geld zu verdienen, um sozusagen das Casino auszutricksen. Beispielsweise gibt es im Roulette die sogenannte Verdopplungsstrategie. Das Martingale-Spiel auch genannt, ist schon eine extrem alte Strategie aus dem 18. Jahrhundert, wo man im Grunde jedes Mal, wenn man verliert, beispielsweise man setzt, sagen wir, 10 Chips auf Rot, dann verliert man, dann setzt man eben 20 Chips auf Rot und so immer weiter. Also man verdoppelt so lange, bis man gewinnt. Das Ganze hat allerdings den Nachteil, dass wenn man einmal eine längere Verlustserie hat und vor allem auch keinen so großen Einsatz hat, dass man dann eben früher oder später alles verliert und das Ganze dauerhaft nicht durchführbar ist, außer man hat extrem hohe Einsätze, mit denen man da spielt, beziehungsweise man hat extrem viel Kapital zur Verfügung. Das heißt im Grunde, wenn man so ein Martingale spielt, so eine Verdopplungsstrategie spielt, dann ist das nicht dauerhaft haltbar. Jetzt gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, wie man Online-Casinos nutzen kann, um damit Geld zu verdienen. Wenn man das Ganze googelt, wird man da auf einige verschiedene Ratgeber und so weiter stoßen, wie man geheime Casino-Tricks anwenden kann und so weiter. Ich habe die im Grunde alle durchprobiert und habe da geschaut, was man da machen kann. Die Verdopplungsstrategie und einige andere Strategien. Im Endeffekt laufen alle darauf hinaus, dass eher das Casino gewinnt, außer dass du gewinnst. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die du tatsächlich nutzen kannst. Und zwar sind es sogenannte Neukundenbonis. Wenn ich hier jetzt, so auf kein Casino, aber beispielsweise auf Tipico gehe, habe ich hier einen 100 Euro Neukundenbonus, den ich freigeschalten bekomme, nachdem ich eine bestimmte Anzahl von Spielen gespielt habe. Das heißt, ich kann mich hier jetzt nicht einfach anmelden und mir den 100 Euro Bonus auszahlen. Das wäre leicht, dann wäre es leicht, mit Casinos und Sportwettenplattformen Geld zu verdienen. Was ich aber hier machen kann, ist, dass ich im Grunde diesen Neukundenbonus intelligent freispiele. Diese Strategie nennt man auch Matched Betting. Das ist eine unter Sportwetten weit verbreitete Strategie, die es ermöglicht, Gewinne ohne Risiko zu erzielen. Das Ganze funktioniert so, dass du im Grunde diese ganzen Neukundenbonis auf allen Plattformen ganz einfach abräumst, indem du die freispielst. Du darfst diesen Neukundenbonus natürlich nicht verlieren, indem du da auf irgendeine Mannschaft setzt, sondern du musst da eine mathematische Formel im Besten haben, wo du auf alle möglichen Spielausgänge setzt, um dann im besten Fall zu gewinnen und im schlechtesten Fall ganz einfach diesen Neukundenbonus auszuzahlen. Die Wettstrategie passiert darauf, dass sie auf ein Spiel wetten und dabei beide Ausgänge bei unterschiedlichen Buchmachern abdecken. Das heißt, ganz egal, ob Mannschaft A gewinnt oder ob Mannschaft B gewinnt, und im besten Fall sicherst du dich auch noch dafür ab, dass es ein Unentschieden ist, wir gewinnen immer, wenn wir Matched Betting betreiben und wenn wir das Ganze richtig machen. Dafür gibt es aber sehr, sehr komplizierte Strategien, da musst du dich auskennen. Teilweise musst du auch da dein eigenes Geld einsetzen. Ich habe recherchiert, habe da alle möglichen Varianten durchprobiert, mich manuell zu registrieren und diese Neukundenbonus freizuschalten und so weiter. Habe da extrem viel Geld verloren, weil teilweise musst du da auch was dafür einzahlen, damit du diesen Neukundenbonus überhaupt bekommst. Den bekommst du nicht einfach gratis freigeschalten. Es gibt hier allerdings Services wie zum Beispiel Robethood. Und das ist extrem geil. Hier wird im Grunde angeboten, Mitglied einer Tippgemeinschaft zu werden und für dich, die machen im Grunde für dich dieses Matched Betting und spielen die ganzen Neukundenbonus mit Hilfe ihrer mathematischen Formel, sodass die eben nicht verlieren, frei. Das heißt, du kannst hier legal bei Sportwettenanbietern dich registrieren lassen im Grunde von Robethood, Robethood, kannst diese ganzen Neukundenbonus bei allen möglichen Anbietern freischalten lassen und bekommst hier in dem Fall direkt, wenn du dich registrierst, 200 Euro freigeschalten, das eben über die nächsten Tage dann ausgezahlt wird. Da bekommst du direkt innerhalb von 10 Tagen dein erstes Geld. Ich habe dir das Ganze unter dem Video verlinkt. Bekommst du kostenlos 200 Euro. Du klickst hier einfach auf jetzt starten, trägst deine E-Mail-Adresse ein, lädst dir die App runter und gehst ganz einfach Schritt für Schritt den Prozess durch, den du hier von Robethood bekommst. Du musst nichts dafür tun und bekommst direkt eben innerhalb der nächsten Tage diese 200 Euro, teilweise sogar bis zu 300 Euro, wenn du da bereit bist, noch einige Schritte zusätzlich einfach mitzuhelfen, beispielsweise bei der Verifizierung für einzelne Sportwettenanbieter. Und das wird im Grunde direkt für dich gemacht. Also das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, direkt von Matched Betting zu profitieren und eben von diesen Casinos und Sportwettenanbietern diese Neukundenbonis ganz einfach automatisiert freischalten zu lassen. Wie funktioniert das Ganze jetzt überhaupt? Wie spielt hier Robethood? Wie machen die ihren Gewinn? Und wie profitieren wir davon? Im Grunde sind das Ganze Tippgemeinschaften. Kannst du so sehen, wie wenn du in der Arbeit mit mehreren Leuten zusammenlegst und auf ein Lottoergebnis tippst. Hier kommt aber Matched Betting zusätzlich noch ins Spiel, also abgestimmte Wetten, um eben dieses Bonusgeld von verschiedenen Wettanbietern in echtes Geld umzuwandeln. Und dabei müssen alle möglichen Ausgänge eines Sportereignisses abgedeckt werden, so dass es keine Rolle mehr spielt, welche Mannschaft am Ende das Spiel gewinnt oder ob das Spiel unentschieden ausgeht. Man gewinnt im Grunde immer. Das macht im Grunde Robethood für dich. Als erstes startet diese Tippgemeinschaft. Du startest ganz einfach, indem du dich auf der Webseite registrierst, deine E-Mail-Adresse eingibst und deine Voraussetzungen prüfst. Wichtig, damit es funktioniert, darfst du natürlich nicht schon alle Neukundenbonis auf allen möglichen Plattformen abgeräumt haben, sondern du darfst maximal bei drei Sportwettenanbietern oder Casinoanbietern registriert sein. Wenn du bei mehr als drei registriert bist, kannst du das Ganze probieren. Kann aber sein, dass es nicht funktioniert. Es geht tatsächlich nur, wenn du da eben noch als Neukunde drinnen bist. Das Ganze ist kein Abzocken des Casinos oder der Sportwettenanbieter, da auch diese davon profitieren. Das ist im Grunde ein Nullsommenspiel für die, wenn die dann einen neuen Kunden gewinnen, einen neuen Datensatz sozusagen, der ist bei denen extrem viel wert, der Firmenwert steigt. Und dafür sind die bereit, sehr, sehr viel Geld zu zahlen. Und Roberthood nutzt das Ganze, um das zu deinem und zu ihrem Vorteil ganz klar zu nutzen. Das ist quasi eine geschlossene Lotto-Tipp-Gemeinschaft. Da tun sich Menschen zusammen, um die Chance zu gewinnen, zu erhöhen. Und das Beste ist, du musst dir keinen einzigen Cent zahlen. Also du musst hier nicht irgendwie die Ersteinzahlung machen oder Ähnliches. Im Grunde bringt Roberthood den Einsatz aus und holt die Neukundenbonis. Teilweise muss man ja eine erste Einzahlung bei einem Wettanbieter machen. Und dann bekommt man erst eine Bonuszahlung. Und die muss man dann auch noch zehnmal umsetzen, zehnmal wetten damit und so weiter. Das macht alles Roberthood für dich. Du musst keinen Cent zahlen, du meldest dich nur auf der Webseite an und bekommst im Endeffekt nach wenigen Tagen dann diese 200 bis sogar 300 Euro aktuell freigeschalten. Also du bekommst tatsächlich geschenktes Geld, ohne dass du dafür etwas tun musst, außer dich eben bei Roberthood zu registrieren und den Schritten zu folgen. Es werden auf alle drei Ausgänge eines Fußballspiels beispielsweise getippt, so dass man eben dann diese Bonuszahlung, diese Neukundenwerbeaktion nutzt, das Geld rausholt und du bekommst es dann ganz einfach ausgezahlt. Und das ist extrem geil. Also die haben extrem viel Erfahrungen, wenn es um diese Sachen geht. Und du kannst dir das auch ansehen bei Trustpilot zum Beispiel. Wo haben wir es? Die haben sehr, sehr gute Bewertungen. Also da kannst du recherchieren. Roberthood Tipp-Gemeinschaften. Du siehst hier 4,7 Sterne, weil das einfach so funktioniert, wie sie es sagen. Also das Ganze kostet dich nichts und macht im Grunde genau das, womit sie werben. Das heißt, die spielen dir die ganzen Neukundenbonis frei. Tatsächlich eine der intelligentesten Möglichkeiten, über Sportwettenanbieter und über Online-Casinos und so weiter Geld zu verdienen. Und das nicht mit irgendeiner unseriösen Strategie, mit einer Verdopplungsstrategie, mit der Martin-Geld-Strategie, die zwar funktionieren können bei quasi unendlich Kapital, sondern ohne dass du da irgendeinen Euro einsetzt. Du kannst also gar nichts verlieren, weil du gar nichts zahlen musst. Du gibst hier im Grunde nur deine E-Mail-Adresse ein, folgst den ganzen Schritten und der Rest wird von Roberthood erledigt. Es gibt dann noch sehr, sehr viele mehr Möglichkeiten, bei Roberthood Geld zu verdienen. Beispielsweise, wenn du diese Wetten abgibst für Roberthood und da gibt es Möglichkeiten, das zu machen, dann kannst du zusätzlich an diesen Wetten, an diesem Wetttopf der Tipp-Gemeinschaft nochmal 11% verdienen beispielsweise. Aber ja, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Uns geht es jetzt einfach darum, mit einer sehr, sehr einfachen Möglichkeit über Sportwettenanbieter und Online-Casinos Geld zu verdienen. Und dafür eignet sich Roberthood super. Du kannst dir das Ganze über den Link unterhalb des Videos sichern. Klick da einfach drauf. Dann kommst du auf diese Seite hier, kannst dir das Video von Markus ansehen. Er ist der Gründer aus Deutschland von Roberthood und im Grunde erklärt er dir hier, wie man sich im Grunde diese 200 bis sogar 300 Euro direkt kostenlos mit Matched-Betting sichern kann, indem die die ganze Arbeit übernehmen. Dein erstes Geld erhältst du innerhalb von 10 Tagen. Du musst im Grunde hier nur auf jetzt starten klicken, gibst deine E-Mail-Adresse hier ein, bestätigst das Ganze vor, dass du die Gratis-App an, über die eben alles abläuft und folgst dann einfach den weiteren Schritten, was zu tun ist. Ist extrem einfach und eine wirklich geile Erfindung, muss ich sagen, weil hier tatsächlich jeder gewinnt. Also hier gewinnt Roberthood, hier gewinnst du, weil du bekommst im Grunde kostenlos Geld. Und auch die Wettanbieter, klar, von denen holen wir uns die Neukundenbonis, aber auch diese profitieren davon, da die im Grunde einen Neukunden gewinnen, einen neuen Datensatz haben und somit ihren Firmenwert steigern. Also es gibt hier im Grunde keinen Verlierer in der Rechnung. Finde ich extrem geil, vor allem durch das, dass das Ganze kostenlos ist. Für mich ein absoluter No-Brainer. Schau dir das Ganze an. Link findest du, wie gesagt, über den Link unterhalb des Videos. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg beim Geldverdienen. Wenn du weitere solche Strategien sehen möchtest, dann schau gerne auf dem Bonuskiste-Kanal vorbei. Da gebe ich immer wieder Strategien zum Online-Geldverdienen mit künstlicher Intelligenz, mit Sportwelten und so weiter. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn dir solche Videos gefallen. Bis dahin, ciao.